Hallo Leute und Willkommen in diesem neuen Video. Heute mal ein Unboxing in etwas anderer Location. Ich habe in meinem Zimmer einfach keinen Platz mehr. Deswegen bin ich jetzt hier auf den Dachboden gegangen und ich habe vor ein paar Monaten mit einem Kollegen bei Röder mitbestellt. Das ist dieses Paket hier. Bestellungsvideo gibt es keins, aber jetzt gleich zum Unboxing. Normalerweise bestelle ich ja das meiste in Österreich bei der Firma Actify zum Beispiel. Mein absoluter Lieblingsshop nach wie vor. Damals hat es aber ein paar Sachen nicht gegeben. Was? Was habe ich da bestellt überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß das gar nicht mehr. Ist aber auch egal. Also fangen wir direkt an. Wir haben hier zweimal Pfeifrakete Kaliber B von Funke Feuerwerk. Es tut mir leid, das Bild ist wahrscheinlich jetzt hier nicht allzu gut, aber ich hoffe es geht einigermaßen. Also hier, das sind die Miniraketen mit drei Stufen Silbercracker-Effekt. Mal schauen wie das so sein werden. Dann haben wir hier die Carbon Rockets. Auf die freue ich mich schon richtig. Also hier unterschiedliche Farben. Auch von Funke, also von Argento, sagen wir so. Aber das ist doch Funke. Also schauen schon mal richtig gut aus. Bin ich bestand. Dann absolut geil Silberraketen von Funke. Das sollen so preis-leistungstechnisch die besten Raketen sein. Deshalb habe ich mir die auch mal mitbestellt. Ah, ich weiß schon Freunde. Da ist einiges hier von meinem Kollegen. Habe ich dem noch abgekauft. Das sind hier österreichische Miniraketen. Die sind etwas älter. Klasse 2. Ich weiß jetzt gar nicht welche Marke das ist. 144 Stück. Das ist so eine Umverpackung. Ja genau. Das ist hier drin. Flattermann. Von Feistl. Die sind glaube ich auch älter. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Aber die schauen ziemlich geil aus. Also hier. Schön auch für Mischungen. Oder vielleicht ein eigenes Video. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt noch wo bekannt. Aber der hat noch welche Platz. Dann haben wir hier auch nochmal P1 schon wieder. Ach so scheiße. P1. 10er Nitrate. Auch in der deutschen Beschreibung. Alles oben. denn das muss oben sein. Deutsche Beschreibung ist wichtig. Sonst ist P1 nicht legal. Genau. Dann habe ich hier noch ein paar Päckchen Fire Event D-Böller. Vier Päckchen insgesamt. Auch die Mischungen zum Ballern einfach immer wieder teilen. Mir gefallen die richtig. Dann auch hier mit dabei zweimal Funke D-Böller aus der ersten Charge. Auch geil. Da werde ich ein Päckchen verschießen. Eins werde ich mir aufheben. Dann sind sie nochmal Pintos Superbröller dabei. Ja. Einfach so. Ich habe noch mitgenommen. Ich weiß gar nicht warum genau. Genau. Dann haben wir hier Niko Kanonenschlag. Kubis. Glaube ich. Sind das? Ja. Die C-Kubis. Etwas älter. Schauen noch super gut verarbeitet aus. Schön verklebt. Ja. Mal schauen wie die so sein werden. Also dann werde ich auch in eine Mischung aufnehmen. Oder für ein Testvideo. Wahrscheinlich habe ich in eine Mischung, weil wenn man die so nicht mehr bekommt. Ja. Das sind schon ein paar Jahre alt. Klasse 2 natürlich. So. Dann haben wir hier. Die hat mir auch super gut gefallen auf den Videos. Lemon Blue. Ja. Kennt man auch schon. 128 Gramm in der M-Batterie. Ähm. Dann machen wir weiter. Genau. Hier haben wir noch ein drittes Päckchen D-Böller von Funke. Die erste Charge. Die erste Charge. Dann. Machen wir mal hier herieben weiter. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich das alles mitgenommen habe. Big Booster 2. Vier Päckchen. Ich weiß nicht welche Charge das ist. Ich kenn mich da nicht so aus. Aber ich glaube nicht die ganz aktuelle. Vielleicht ist die schon ein bisschen älter. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir von Panda auch noch ein paar weitere Sachen. Und zwar. Booster D. Es sind auch noch vier Päckchen. Ich hoffe man sieht es einigermaßen. So. Und auch noch die E-Böller von Panda. Da haben wir gleich sechs Päckchen. Sehr, sehr geil. Die sind sicher perfekt für Mischungen. Ja. Einfach noch von Röder. Zweimal Big Balls noch dazu genommen. Könnt ihr aber auch in Österreich bestellen. Also ich kann es euch empfehlen, dass ihr in Österreich bestellt. Und beziehungsweise im Inland und inländische Shops unterstützt. Zweimal Thunder Air Bombs. Endlich habe ich sie auch mal. Gibt es auch bei Actify zu kaufen Leute. Dann haben wir Big Bang von Helios. Knall Sortiment. Kommt auch im Test Video. Und das Krachen Inferno. Aktuelle Charge glaube ich. Oder ziemlich aktuell. Einfach auch so mal mitgenommen. Ich wollte immer schon mal solche Böllers jetzt haben. So. Jetzt haben wir einen Schinken. Und zwar Super Böller 1. Aktuelle Ware. Ein ganzer Schinken. Alter. Ja. Der Hype. Ist jetzt schon da. Heftig. Heftig. Einfach so genießen die Dinger. Und auch noch ein Chip. Den weiß ich auch nicht mehr, dass ich den. Doch. Kann ich mich noch erinnern. Thunder Air. Heftig. 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 Ja Leute. Das ist echt sehr kostspielig. Das Ganze. Und. Als letzten Artikel. Nein Quatsch. Das sind drei unterschiedliche. Von Agento hier. Die kleinen Batterien. Nein. Alba Feuerwerk. Aber ist auch Funke. Ion. Asoka. Alpha. Das sind drei super geile. Ich glaube 20mm Batterien. Sieben Schuss. Haben mir auch super gefallen auf den Videos. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Gut. Das war's jetzt. Junge Junge. Ja. Also das Jahr beginnt schon wieder heftig. Ach Gott. Lieber Gott. Ja. Ich lege das jetzt nochmal kurz auf für eine Gesamtübersicht. Okay Leute. Hier sieht man nochmal die Gesamtübersicht. Also wirklich schon wieder ein richtig heftiges Sortiment. Nur Premium Artikel auf jeden Fall mit dabei. Ja. Das war's dann Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Like und Abo nicht vergessen. Haut rein Freunde. Und Ciao. tuned. Und. Outro